Sie haben uns heute ganz schön gefickt. Was, Fick? Ich merke, dass sich die Becks, Wodka-Tonics und Kölschs gegen mein Sprachzentrum verbündet haben. Sagen wir so, die Tagesthemen dürfte ich jetzt nicht mehr vorlesen. Das kannst du so laut sagen. Atmen Sie tief durch, ich gehe so ein bisschen zurück. Jetzt! Guten Morgen, liebe Sorgen, seid ihr auch schon alle da? Habt ihr auch so gut geschlafen? Na, dann ist ja alles klar. Guten Morgen, liebe Sorgen, seid ihr auch schon alle da? Habt ihr auch so gut geschlafen? Lady Potter möchte, dass ich über ihre Vagina spreche. Oh, erzähl mir, wie gut ihr meine feuchte Muschi gefällt. Lass mich nur kurz nach Luft schnappen. Hier durchbrettern, aufs Bett zu, Achtung, fertig, los! Mein Name ist Jürgen von der Lippe, das ist eine kulturelle Aneignung. Ich wurde geboren am 08.06.1948 in Bad Salzuflen. Die kulturelle Aneignung meint, das ist ein Pseudonym. Was steht in der Geburtsurkunde? Dorenkamp. Und der Vorname? Hans Jürgen, was insgesamt sehr lang ist, sodass ich meine Eltern irgendwann gezwungen habe, auf das Hans zu verzichten. Wie beschreiben Sie Ihr Elternhaus? Was war Ihr Vater? Was war Ihre Mutter? Mein Vater war Barkeeper. Meine Eltern haben sich in Bad Salzuflen im Kurhaus kennengelernt, wo er also die Bar machte. Und meine Mutter war Diätköchin, was schon beim Erzählen, wenn ich es erzähle, für einen Lacher gut ist. Aber Diät meint natürlich Gesundheitsküche. Und erwähnenswert vielleicht, dass mein Vater dreimal versucht hat, meine Mutter zu küssen, also im Vorfeld, als Anwarnung. Drei Ohrfeigen bezogen hat und dann hat sie den Widerstand aufgegeben. Das ist die romantische Geschichte. Und dann zogen diese Eltern irgendwann mit Ihnen schon um, von Bad Salzuflen nach Aachen? Ja, in Aachen wohnten wir direkt am Tivoli, also am alten Tivoli, der alten Heimat von Alemannia Aachen, was viel schöner war als das neue Stadion. Und weil wir da direkt dran wohnten, konnte man die Zuschauer gut hören, wenn Spiele waren. Und wiederum meine Mutter erzählt, dass ich dann, wenn es besonders laut wurde, sagte, die Alemann haben wieder ein Tor geschissen. Das wurde sie nicht müde zu erzählen. Ein Wortwitz schon damals. Wo war Ihr Vater in Aachen tätig? Mein Vater war Barkeeper in Aachens bester Strip Dispar, der Cortis Bar. Und das führte dann viele Jahre später dazu, dass ich dort meinen 16. Geburtstag feiern konnte, was natürlich dann ein Alleinstellungsmerkmal war im Kaiser-Karls-Gymnasium. Sie waren dann auf dem Kaiser-Karls-Gymnasium, da kommen wir gleich noch zu. Wenn Ihr Vater Barkeeper war, war er vermutlich abends, nachts weg und kam erst tagsüber wieder, möglicherweise um zu schlafen. Hat sich denn die Mutter dann hauptsächlich um Sie gekümmert? Ja, meinen Vater habe ich eigentlich sehr wenig mitbekommen, denn er hatte einen Tag frei. Und er verließ das Haus gegen, glaube ich, halb sieben und war dann unterschiedlich früh zurück. Wenn also Ihr Vater tagsüber erstmal Ruhe brauchte, hat Ihnen die Mutter dann, wenn sie aus der Schule zurückkam, bei den Hausaufgaben geholfen, leise vorgelesen? Durfte man überhaupt Radio hören, also irgendwelchen Lärm machen? Vorgelesen, auf jeden Fall, weil ich mit vier, glaube ich, da hatte ich Diffnerie und kam ins Krankenhaus und habe so getan, als könnte ich lesen, weil ich auch unbedingt lesen wollte und habe den anderen Kindern im Zimmer vorgelesen, angeblich, was sie aber merkten, weil ich das Buch verkehrt rumhielt. Also ich kannte diese Märchen auswendig. Gab es denn ein Radio? Wurde da tagsüber Radio gehört? Ja. Radio, ich weiß noch, mein Atze bei RTL, den mochte ich sehr. Der hatte sehr gute Sprüche. Ich weiß gleich mehr, wie alt ich war, aber den habe ich sehr gerne gehört. Und Fernsehen, gab es ein Fernsehgerät oder in der Nachbarschaft ein Fernsehgerät, vor dem man sich dann versammelt hat? Also wir reden ja in dem Fall von 50er, 60er Jahre. 1954 standen mein Vater und ich vor der Schaufensterscheibe des Elektrogeschäfts Bauvens, was auch Fernseher verkaufte. Und für einige Spiele durften wir sogar mit rein, also ausgewählte Nachbarn durften dann im Inneren gucken. Was weiß ich noch? Diese Fußball-WM, die haben wir dort erlebt. Wann wir den ersten Fernseher kriegten, weiß ich gar nicht mehr. Ich weiß nur, dass ich bei den Nachbarn über uns Abenteuer unter Wasser guckte. Also Lloyd Bridges spielte einen Froschmann und das fand ich sehr spannend. Das war dann so 18 Uhr. Dann durfte ich eine Folge gucken und dann ging ich auch irgendwann ins Bett. Gut, und irgendwann als Gymnasiast, spätestens nehme ich mal an, durften Sie auch 20.15 Uhr Fernsehen gucken. Ihr Vater war da berufstätig, aber haben Sie dann wahrgenommen, Frankenfeld, Kuhlenkampf? Frankenfeld mochte ich sehr, weil er ja nun alles konnte, was man in der Unterhaltung zeigen kann. Er war ein toller Zauberer, war komisch, machte super Spiele. Kuhlenkampf war dann ja später. Ich mochte Heinz Erhardt. Ich mochte auch die Conforciers, wie sie ja hießen, im Hörfunk. Es gab ja da noch diese bunten Nachmittage. Von Seidlitz war einer, der auch Stimmen imitierte. Das mochte ich alles sehr. Nach der Grundschule, damals Volksschule, gingen Sie eben schon erwähnt auf Kaiser-Karls-Gymnasium in Aachen. Was waren denn da Ihre Lieblingsfächer? Ja, also Deutsch natürlich. Ich habe auch sehr gerne Latein und später Griechisch gelernt, obwohl ich da keine so tollen Noten hatte, wie ich vor einiger Zeit mal gesehen habe, als mir meine alten Zeugnisse unterkamen. Was gar nicht ging, war Biologie, Chemie und so was. Also naturwissenschaftlich absolute Null. Mathe auch. Da hing ein bisschen von den Lehrern ab. Wir hatten mal einen, der machte das einfach besser. Und da waren dann die Noten besser. Aber die anderen Mathelehrer, einer hatte ein Holzbein aus dem Krieg. Gut, da konnte er jetzt nichts für. Aber er war einfach ein sehr strenger Lehrer. Und die pädagogischen Fähigkeiten waren damals, würde ich rückschauend sagen, bei einigen doch limitiert. Aachen war ja, ist ja sehr katholisch. Da kann man jetzt fragen, wie hältst du es mit der Religion? War das Fach Religion für Sie markant? Ja, ich war ein frommes Kind. Das lag aber auch an meinen Lehrern. In der Volksschule war ja der Lehrer auch eine Zeit lang für den Religionsunterricht zuständig. Emil Henkel hieß er und hat mir vorausgesagt, dass ich mal Dichter werde, weil ich schon Märchen schrieb. Ganz frühzeitig. Leider sind die nicht erhalten. Sonst könnte man sie jetzt auch noch auf den Markt bringen. Und Emil Henkel war Förster und nahm mich im Winter mit zum Rehe füttern. Damit war natürlich alles klar. Also den mochte ich sehr. Der war übrigens auch Stammgast bei meinem Vater. In der Cortis-Beinachen. Das habe ich dann auch später erst erfahren. Da war auch noch der Pfarrer Stammgast. Viele Geistliche. Und dann kriegten wir den Probst, späteren Weihbischof Buchkreimer, der im KZ gesessen hat. Ein sehr, sehr charismatischer Mann, den ich auch sehr verehrte. Und das spielte natürlich eine Rolle. Also ich war, Religion war auch eines meiner besten Fächer. Waren Sie denn Messdiener? Ja, selbstverständlich. Gut, selbstverständlich. Waren alle die, ob das jetzt die Münchner waren, Gottschalk und Jauch, Bayern ist ja nun auch katholische Hochburg, das hat alle Gymnasiasten, glaube ich, betroffen. Was waren Sie denn so in der Klasse, also jetzt im Gymnasium? Eher schüchtern, eher der Klassenclown oder waren Sie Klassensprecher sogar? Ich war auch mal Klassensprecher später. Klassenclown würde ich nicht sagen. Aber ich war ja nun von einfacher Herkunft. Und im Gymnasium waren ja dann Baulöwen, Söhnchen, Rechtsanwaltskinder, Arztkinder. Ich war dann aber trotzdem bei den Partys unverzichtbar, weil ich schon schneller als andere den komischen Aspekt einer Situation erkannte und formulierte. So würde ich das mal vorsichtig. Also ich habe mich da nicht bewusst hervorgetan. Das nicht. Das ergab sich einfach so. Und sportlich war natürlich gar nichts, weil ich war ja immer überall der Jüngste. Das hatte damit zu tun, dass ich ganz kurz vorm Stichtach geboren wurde und sehr früh mit fünf schon eingeschult wurde und auch nie sitzen geblieben bin. Deswegen habe ich auch sehr früh Abitur gemacht, weil wir ja auch noch die zwei Kurzschuljahre hatten. Irgendwann später war ich dann überall der Älteste. Aber das ist eine andere Geschichte. Gab es denn so etwas, heute würde man sagen, eine AG-Theater, Schultheater? Haben Sie da mitgemacht? Ja, es gab einen deutschen Geschichtslehrer, der, wir haben Herkules und der Stall des Augiers aufgeführt, von Dürrenmatt. Ich spielte den Polybius, das war die textreichste Rolle. Und unser Regisseur war von mir überhaupt nicht besonders angetan. Und ich hatte natürlich die Hosen voll, wie alle, vor der Premiere. Und als ich rausging und merkte, die Leute mögen das, was du machst, das hätte mir eigentlich sagen können, in welche Richtung es später beruflich gehen sollte. Weil das war ein Wahnsinnsgefühl. Aber... Hat es aber nicht, ne? Sie hatten... Es hat... Nein, das war ja vom Elternhaus her undenkbar. Ich war ja nun der Erste, der Abitur gemacht hat und dann auch studierte. Also alles unter Studienrat war ja für meine Eltern undenkbar. Und Ihr persönlicher Berufswunsch, so es schon einen gab zur Gymnasialzeit, erinnern Sie sich noch? War das... War eigentlich... Ich weiß nicht mehr genau wann, aber es war eigentlich Journalist. Und dann habe ich mich mal probenweise beworben und festgestellt, dass es außer dem Angebot irgendwo Praktikum zu machen gar nichts gab. Und es wurde eine, weil es die ganzen Kommunikationsberufe, das gab es ja alles nicht. Es wurde empfohlen, wenn man Journalist werden wollte, irgendein geisteswissenschaftliches Fach. Da habe ich mich natürlich für Germanistik entschieden und Philosophie und Linguistik und habe das dann in Aachen angefangen zu studieren. Bin dann nach der Zwischenprüfung nach Berlin gegangen, der Singerei wegen, weil es in Aachen ja keine Auftrittsmöglichkeiten gab. Also ich habe natürlich angefangen mit ganz normaler Bob Dylan Donnerin, diese Geschichten, Folklore, wobei das Pikante war, dass ich Gitarre gelernt habe von einem Kriegsdienstverweigerer. Ich war ja drei Jahre bei der Bundeswehr und war am Schluss Zugführer und hatte dann einen Kriegsdienstverweigerer in meinem Zug. Und damals war die Rechtslage so, dass die in der Truppe verblieben, mussten aber keinen Dienst an der Waffe tun, bis über ihr Besuch entschieden war. So, und von dem habe ich Gitarre gelernt, weil mein Vater hat nicht zugelassen, dass ich ein Instrument lernte. Ich wollte auch mal Geige lernen. Und er sagte, ich möchte nicht, dass du wie ich in einem Nachtberuf landest. Deswegen habe ich vier Jahre Blockflöte gelernt. Ich würde trotzdem gerne ganz kurz nochmal zurückgehen. Sie haben jetzt schon sehr viel erzählt, wie es dann weiterging. Sie standen also im Schultheater auf der Bühne. Sie waren bei Partys, unabkömmlich, weil haben Sie selbst gesagt, Situation unverzichtbar. Unabkömmlich wäre. Schublade auf, Klischee. Lustig sein als Komplexbewältigung, wenn Sie das so im Nachhinein beurteilen. Als Kompensation für die Schüchternheit. Und immer halt der jüngste, schwächlichste, kleinste. Also mit Sport war bei mir auch nicht. Außer Boxen. Ich war im Boxverein. Das war das Einzige, was mir wirklich Spaß gemacht hat. Also Handball und alles, was man probiert hat. Ich hatte keinen Wurf, ich hatte keinen Schuss beim Fußball. Aber Boxen war ich, also es hätte jetzt vielleicht nicht für den Weltmeistertitel gereicht, aber es lag mir und es mochte ich auch. Also der Boxring als sozusagen sicherer Ort, die Bühne als sicherer Ort. Und an der Stelle erwähne ich es einfach mal. Wir sitzen auch hier auf einer Bühne, sieht man im Hintergrund. Das ist der Zuschauerraum der Wühlmäuse in Berlin, wo Sie jetzt im Herbst 2023 mit einem Soloprogramm gastieren, das den Polysementitel trägt, voll fett. Nur zur Erklärung, warum wir hier in einem Theatersaal sitzen. Zurück zur Chronologie. Also Sie haben Ihr Abitur bestanden 1966. Dann gingen Sie zur Bundeswehr. Das hatten Sie schon geschildert. In diesen Jahren, als Sie bei der Bundeswehr waren, gab es ja einige markante Ereignisse, die auch Medienereignisse waren. Also ich sage nur ein paar Stichworte. Es gab den Sechstagekrieg 1967. Es gab die Erschießung des Studenten Benno Ohnesorg. Es gab das Attentat auf Rudi Dutschke. Und es gab dann 1969 den Soldatenmord von Lebach, wo also ein Raubüberfall auf dem Munitionsdepot stattfand und Bundeswehrsoldaten im saarländischen Lebach umgebracht wurden. Haben Sie das denn damals gemeinsam, also in der Truppe wahrgenommen, im Aufenthaltsraum gesehen? Wurde darüber gesprochen? Das waren ja doch markante zeitgeschichtliche Ereignisse. Also im Fernseher kann ich mich, ich denke, dass eben in der Mannschaftskantine einer war, aber wir hatten ja gar keine Zeit. Man war ja wirklich von morgens bis abends eingespannt und dann hat man abends noch ein Bier getrunken. Ich habe in der Zeit auch nicht viel gelesen. Das war einfach, da war man froh, wenn man abends im Bett war. Und ja, morgens ging es ja auch früh los. Das war dann auch, als ich dann später Vorgesetzter war, nicht anders. Man hat ja alles mitgemacht. Ich weiß noch, ich hatte dann abends, also ich in Lippstadt, habe ich mein letztes Jahr verbracht, wie gesagt, als Zugführer. Und dann hatte ich, weil ich einen Einzelkämpferlehrgang hatte, als einziger in diesem Bataillon, wo wir ja auch Nahkampfunterricht, das war so eine Mischung aus Judo, Jujitsu und Karate. Und dann sagte der Bataillonskümmernder Dornkamp, Sie machen jetzt eine Judo-Gruppe auf, damit wir am Tag der offenen Tür etwas vorführen können. Ja, gut, hatte ich also eine Judo-Gruppe am Hals. Habe aber, weil dieses Showmanship sich ja unter dieser martialischen Fassade durchaus schon abzeichnete. Ich war ja als Offizier, machen wir uns nichts vor, natürlich eine Fehlbesetzung. Habe mich aber aufgrund meines schauspielerischen Talents durch jeden Lehrgang gemogelt. Habe auch alles bestanden. Jedenfalls habe ich dann meinen Jungs ein bisschen Fallschule und sowas beigebracht. Habe mir von meiner Freundin eine Bäckerstochter Lebensmittelfarbe schicken lassen. Das haben die in den Mund genommen. Und dann sah es so aus, als ob sie bei der gefakten Prügelei, als ob sie bluteten. Die Menschen haben gerast. Das war ein Riesenerfolg. Wenn ich das richtig gelesen habe, gab es ja einen Anlass, dass Sie zur Bundeswehr gegangen sind, jenseits von Überzeugung. Man hatte Ihnen wohl versprochen, man kann da eine journalistische Ausbildung machen. Das wäre also Ihrem Berufswunsch entgegengekommen. War es denn dann so? Das war so. Also ein weiterer Stammgast meines Vaters war der Standortälteste, also der höchste Soldat im Raume Aachen. Und der sagte dann, schick mir doch mal deinen Sohn, sagt er zu meinem Vater. Und dann kann ich ihn vielleicht beraten. Und dann sagt er, wenn du dich zwei Jahre verpflichtest, dann kannst du zum PSK-Senderbataillon nach Andernach und dann kriegst du einen Journalisten aus. Das ist ja toll. Sicherer ist es natürlich, wenn du dich drei Jahre verpflichtest, dann kommst du ganz bestimmt dahin. Und das war ja die Zeit, wo man seine Eltern hätte vor Gericht zerren müssen, damit entschieden wurde, wie viel BAföG man kriegte und was die Eltern beisteuern mussten. Und darauf hatte ich überhaupt keine Lust. Und das war ja wirklich viel Geld, was man als Abfindung kriegt und hatte ja auch drei Jahre lang einen wesentlich höheren Wehrsoll. Das heißt, da konnte man auch richtig ansparen. Also Abfindung von der Bundeswehr, als die Zeit zu Ende war. Ja. Und das waren, glaube ich, 10.000 Mark. Das war wirklich sehr viel Geld damals. Und dann kam halt dazu, das Wehrdienstverweigerung war keine Option für mich. Einfach, weil es ist eine sehr simple Begründung. Es hat noch nie jemanden davon abgehalten, jemanden zu bekriegen, der sich nicht wehren kann. Warum sollte es jemanden abhalten, dass sich jemand nicht wehren will? Also das hat mir einfach philosophisch gesehen nie eingeleuchtet. Der Pazifismus, so ehrenwert das ist, ich finde ihn weltfremd. Und, also das war keine Option. Und dann das Geld hat mich schon gereicht. Ich hatte natürlich keine Ahnung, was auf mich zukam. Ich habe die, ich habe eine Woche habe ich nur geheult. Die erste Woche nachts im Bett. Es war, es war eine so fürchterliche Welt. Aber wie gesagt, ich habe gesagt, so mitgehangen, mitgefangen, fertig. Gut. Sie ist jetzt durch. Rundfunkbataillon war nicht. Ja, das stellte sich natürlich, irgendwann habe ich gefragt, wann komme ich denn zum PSK-Sendeball? Und dann sagten die, was? Das war dummes Zeug gewesen. Da sind nur Berufssoldaten. Und mit welchem Dienstgrad sind Sie dann wieder ins zivile Leben zurückgekommen? Deutschland. Also Studium fing an in Aachen, an der Rheinisch-Westfälisch-Technischen Hochschule. Lehramtsstudium hatten Sie sich eingeschrieben. Germanistik, Philosophie und Linguistik. Und dann sind Sie nach Berlin, West-Berlin damals übersiedelt. Ja. Warum? Ja, wegen der, wegen der Singerei. Der Singerei. Also Sie hatten bei dem Kriegsdienstverweigerer Gitarrespielen gelernt und dazu auch gesungen. Ich habe gesungen und irgendwann habe ich Ulrich Roski für mich entdeckt, weil die Verbindung von Singen und dann auch noch komisch sein, das fand ich super. Also Ulrich Roski, kann man sagen, war mein Idol. Ich hatte dann natürlich ein kleines Programm, als ich nach Berlin ging. Das bestand aus einem eigenen Lied. Ein paar Vertonungen, Kästner, Ringelnatz, Weinhardt, was man so machte, wenn einem erst mal nichts einfiel. Und einigen Liedern von Ulrich Roski. Das war mein erstes kleines 20-, 30-minütiges Programm. Ulrich Roski war ein Liedermacher, Singer, Songwriter. Wie würde man ihn noch charakterisieren? Naja, der hat ja durchaus auch philosophisches Ansehen. Er war schon ein Poet, wo man, der auch ein genialer Sprachspieler war. Und das war die Zeit, wo er groß war, Schobert und Bleck. Reinhard Main natürlich. Als ich nach Berlin kam, waren das halt schon die Götter. Die waren der Club-Szene längst entwachsen und spielten halt in den Hallen. Und wir tummelten uns in drei Kneipen, die es gab. Das war das Go-In, das Folk-Pub und der Steve-Club. Das lag alles, das war das Bermuda-Dreieck. Das war fußläufig erreichbar, auch von meiner Bude. Ja, das machte man dann drei-, viermal die Woche. Also tagsüber habe ich, ich habe wirklich ernsthaft studiert. Ich habe meinen Unterricht gegeben. Ich war dann Tutor, Deutschlehrer für ausländische Studenten. Das hatte ich in Aachen schon angefangen. Mit Glück dort an der TU dann auch eine Stelle bekommen. Und das war, ja, das war fast eine halbe Stelle. Und das verdiente ich natürlich auch richtig klotzig. Und dann noch mit der Singerei. Also es war eine gute Partie in der Club-Szene. Die Singerei war aber doch, nehme ich mal an, nicht von Anfang an eine richtige Verdienstmöglichkeit. Nein. Der Go-In war, glaube ich, Ihr erster Auftritt? War der erste Auftritt. Der Probeauftritt war umsonst. Und als man dann eine feste Termine bekam, gab es fünf Euro, äh, fünf Mark, fünf Mark und zwei Freibier. Das hat man dann angenommen in der Hoffnung, dass es irgendwann mal sechs Mark und vielleicht drei Freibier. Wann war Ihnen denn klar, dass das mit dem Studium nicht zwingend zu einem Studienabschluss führen muss? Als ich gedacht habe, ich habe jetzt alle Scheine und wollte mich zur Prüfung anmelden. Und dann hieß es, April, April, diese Kombination Germanistik, Linguistik und Philosophie ist in Berlin, anders als in Nordrhein-Westfalen, nicht lehramtsfähig. Ich hätte also ein anerkanntes Nebenfach nachstudieren können oder zurück nach Nordrhein-Westfalen, wo es aber zu der Zeit gar keine Referendarstellen gab. Also das wäre irgendwo alles nicht sinnvoll gewesen. Und dann habe ich gerechnet und gesagt, ja, ich mache da auch schon Hörfunk und schrieb für Zeitungen und so. Ich komme gut zurecht. Und dann war es ein Gottesurteil. Irgendwie auch die normative Kraft des Faktischen. Das ist sehr schön gesagt. 1976 wurde das Go-In 13 Jahre alt und hat aus diesem Anlass gefeiert, warum auch nicht, 13. Geburtstag. Und dann trat eine sehr zusammengewürfelte Truppe auf, da gehörten Sie dazu und aus dieser Truppe wurde dann sehr schnell ein Ensemble und das nannte sich Blattschuss. Das waren wirklich, wir wollten nichts weiter als gemeinsam etwas zum Geburtstag beitragen und haben ein paar Oldies ein bisschen verhunzt. Es kam derartig gut an bei den Leuten, dass mein Produzent, wir arbeiteten, zu der Zeit schon an meinem ersten Album, sagte, das müsst ihr auf Deutsch machen und dann machen wir eine Platte. Gut. Und die kam dann etwas eher raus als meine erste, aber es war alles, es war derselbe Produzent und wir arbeiteten alle zusammen. Wenn ich sage wir, dann meine ich die deutschsprachige, komische Fraktion der Berliner Folklore-Szene. Jeder hatte so seine, Beppo machte eigene Lieder, Hans Marquardt sang Kreisler Lieder, Wurzel sang ein Gemisch von allem, zum Beispiel eine lateinische Version von Marmorstein und Eisenbricht und Hans-Werner Olm war dabei, der in meinen Augen wirklich der Begabteste von uns allen war. Er war leider auch ein bisschen faul, aber machte tolle Auftritte. Ja, das war die Urbesetzung. Wurzel war Harald Klebrowski und Beppo ist Beppo Pohlmann. Genau. Darf man sich denn diese Blattschuss-Auftritte, diese Lieder so ähnlich vorstellen wie Showbott und Black oder wie Instabook und Co oder waren die literarischer? Nein, gar nicht. Also wir, also wie gesagt, wir haben auf der ersten Platte, die hieß Dümmer als du denkst, da haben wir internationale Hits adaptiert, unter anderem Michel, ich weiß nicht, wie unser Produzent an die Erlaubnis gekommen, ist ein Beatles-Titel, zu Subtexten und zum Beispiel, den Text hatte ich damals gemacht, Fifty Ways to Leave Your Lover von Paul Simon, da habe ich einen deutschen Text gemacht und ja, das machten wir auf der Bühne mit großem Erfolg, die Platte hat niemanden interessiert, dann hatten wir aber einen Vertrag für eine zweite Platte, das waren dann eigene Sachen, unter anderem von Beppo, Kreuzberger Nächte, das hatte der seit Jahren in der Schublade, wir haben es zwei, dreimal gesungen, wir mochten es nicht, weil wir verstanden uns als Musikalkabarettisten und das war ja nun ein Stimmungslied, wir hatten eigentlich auch gar nicht das Talent, das live zu machen, deswegen haben wir das nie gespielt, jedenfalls, aber die Produktion war fertig und der, weiß ich noch, der Todolski von der Hansa sagt, das wird ein Hit und wir haben ja natürlich und dann wurde es im Rundfunk gespielt, im SFB und weiß ich nicht, 300, 400 Anrufe und ein Wurzenhit. Das war dann aber die Zeit, wo ich schon mit dem Gedanken spielte, die Gruppe zu verlassen, weil wir das alles zu viel wurde. Also ich studierte ja immer noch, ernsthaft, hatte immer noch meinen Job, hatte man Solo-Ding, hatte man meine anderen schreiberischen Sachen und man ist natürlich, wenn man Solo unterwegs ist und in einer Gruppe, dann ist man immer im Zwiespalt, wenn man eine Idee hat, nimmst du das für dich oder nimmst du das für die Gruppe? War also blöd. Außerdem gab es und jede Gruppe kennt das, die Instabox hatten das auch, die haben ihren Frauen Mitfahrverbot erteilt, weil die Frauen halt, so ein bisschen hetzen, guck mal der, der spielt sich so auf, du bist doch viel besser, Schatz. Das ist Alltag. Eben, ist sicherlich bei den, bei den Männern von Frauengruppen genau dasselbe, selbstverständlich. Jedenfalls, da gab es auch Knatsch und das hatte mir dann so ein bisschen, das ging mir auf die Nerven und dann habe ich gesagt, ich verlasse die Gruppe. Hatten aber eine Vereinbarung, weil ich war ja nicht der Erste, der wegging, Hans Werder war der Erste, dann Harald, also Wurzel, und wir hatten eine Vereinbarung, dass man Live-Verpflichtungen noch ein halbes Jahr, nachdem man die Gruppe verlassen hatte, mit erfüllen musste, weil wir hatten da, waren da gebrannte Kinder. So, nun war aber Kreuzberger Nächte, was ich ja noch mitgesungen hatte, wurde wirklich ein Hit mit Hitparade und allem, in der Hitparade, da war ich nicht dabei. Aber ich musste ja die Live-Auftritte mitmachen, war mehr oder weniger Frontmann und keine Sau interessierte sich für mich, weil ich ja nicht im Fernsehen gewesen war. Das war eine sehr interessante Erfahrung, das hat mir auch gar nicht gut gefallen, und hat aber dazu geführt, dass ich mir eingestehen musste, das findest du schon gut, wenn du da genauso angesehen wärst, wie die anderen Jungs, die im Fernsehen waren. Jo, war eine Lehrstunde. Der Weg in die Medien, also Fernsehen Hitparade, klar ist dann gleich nationales Fernsehen, zunächst mal Radio, der war ja wohl bei den Gebrüdern Plattschuss, wie das dann hieß, und ihnen ähnlich. Und zwar, wenn ich es richtig weiß, hat der Hörfunkmoderat, Musiker und Komiker Hermann Hoffmanns euch in Berlin wahrgenommen und dann in den WDR genommen, hier Sender Zitrone hieß das. Nee, das war anders. Der Hille Bachor war ein Redakteur, der mit Vivi Eickelberg, das war damals mal Managerin, und ihr Mann machte die Texte für Showroom Black, und der Hille Bachor und Vivi Eickelberg arbeiteten zusammen, der war dann Hermann Hoffmann, da waren wir auch, aber das spielte keine Rolle. Hille Bachor sagte dann mal zu mir, mach mir doch mal so eine Figur, wie die Elke Heidenreich ihre Else Stratmann hat, die Metzgersgattin. Und dann habe ich den Hubert Lippenblüter erfunden, den letzten Junggesellen des Sauerlandes, da haben wir zig Folgen produziert, und dann haben wir als Blattschuss auch, wie das hieß, weiß ich gar nicht mehr, aber wir haben Sketche geschrieben, produziert, und das war alles, und ich moderierte auch die Unterhaltung am Wochenende, und Hermann Hoffmann mit seiner Dachkammermusik, der war auch oft Teil der Unterhaltung am Wochenende, dieser sehr, sehr berühmten anderthalb oder zwei Stunden Live-Hörfunksendung. Der hatte ja mit einem Piratensender glaube ich angefangen und ist dann irgendwann, da gab es auch dann einen Prozess, und dann gab es Strafe, und dann die legale Variante war dann als Teil der Unterhaltung am Wochenende, diese Sender Zitrone. Die Kreuzberger Nächte, Sie haben es gerade eben sehr schön erzählt, bei der ZDF-Hit-Parade mit Dieter Thomas Heck waren also ohne sie im Fernsehen. Ihr erster Auftritt dort wurde angeblich 1980 von Heck wie folgendermaßen anmoderiert. Mit der Startnummer 3 von der Lippe nimmt gern vieles auf die Schippe, so ein Kamel. Das war eigentlich eine Gefälligkeit. Es war ein Song von der, ich glaube, Nitty Gritty Dirt Band, das Original. Und die Miriam Francis hat einen deutschen Text gemacht, und das war alles bei meiner Plattenfirma, der Phonogramm damals. und die sagten, Mensch, kannst du das nicht, wär das nicht was für dich, kannst du das nicht singen? Und ich mochte das Original halt sehr. Und dieser Text war jetzt für mich, das war so sehr versponnen. Ich darf zitieren, haben Sie schon aus dem Fenster geguckt? Draußen wandert ein Kamel rum und spuckt. Es ist rosa, hat ein Haarteil und sinkt. Glauben Sie, dass das Kamel es weit bringt? Bisschen Morgenstern, ne? Bisschen, naja, Morgenstern trifft es schon ziemlich gut. Also es war, ich fand es nicht rufschädigend und mochte das. Ich hatte ja keine Ahnung, dass Sie das nicht da in die Hitparade schleppen. Es war ja auch nicht wegen des Erfolges, es war einfach eine neue Vorstellung. Und, ja. 1980 kam dann ein Sprung, nämlich ins Programm des Westdeutschen Werbefernsehens, abgekürzt WWF, und zwar dort in den vorabendlichen WWF-Club. Wie kamen Sie da hin und was waren Sie da in dieser Sendung? Das Ganze ist so entstanden, ich hatte, ich hatte irgendwann Marlies Robels, eine Redakteurin des WWFs und ihren Mann, Claudi Fröhlich, Kultregisseur, Bum, Bum, Claudi, immer Explosionen und so, hat die ersten Otto-Shows gemacht, Lindenberg hat bei der Plattenküche Regie gemacht, also ein großer Comedy-Experte. Die wurden irgendwann mal auf mich aufmerksam, auf meine Lieder und haben ein paar von meinen Liedern, das waren praktisch die ersten Videoclips, die es dann gab, nur eben mit komischen deutschen Liedern und das wurde dann im WWF gesendet und wir verstanden uns halt sehr gut und dann gab es diesen glücklichen Umstand, dass das WWF eine Serie plante, eine wöchentliche Live-Sendung. es gab dann ein Casting im Senftöpfchen in Köln, ich weiß nicht, glaube ich, 17 Leute, alle möglichen Autoren und da war dann eben ich dabei, Mareike Amado, da glaube ich, nur noch eine, eine zweite Frau und Frank Laufenberg, der Kult-Moderator war, ich glaube, war ja beliebtester Moderator Europas irgendwie und das Senftöpfchen, Entschuldigung, das Senftöpfchen war ein, oder ist, ein Kabarett-Theater in Köln für alle nicht Berühmtes in Köln und ich war bei Frank ja auch schon als Gast gewesen, wenn ich auf Plattenreise war, kannte ihn, war ja auch gefürchteter durchaus Musikjournalist. Jedenfalls war das so, bei diesem Casting machte man das, was man konnte, also ich sang dann halt ein Lied oder zwei und es gab auch Leute, die man interviewen musste. Da war, das weiß ich noch, Elisabeth Tessier stand da zur Verfügung als Interviewpartnerin. Ja und dann Astrologin. Astrologin und dann ja, wir machten das halt und dann war es aus irgendeinem Grund flaumten Frank und ich uns an, während er auf der Bühne war oder ich, weiß ich nicht mehr und und das hat dann irgendwie wohl den Ausschlag gegeben, dass das jetzt die Höltenhaus sagte, dann machen wir Mareike, war sie die einzige Frau, die in Frage kam und die beiden Jungs, die sich da so behagen. Nett. Ja und das war es dann. Mareike Amado war also nach dem Casting im Senftöpfchen als Moderatorin, Gastgeberin gesetzt und dann Frank Laufenberg und sie. Wie war denn die Aufteilung dann in der Sendung, also die Rollen, wie wurden die denn verteilt? Waren sie und Laufenberg gleichzeitig Moderatoren oder hatten sie eine spezielle Funktion? Nein, es war alles ganz anders geregelt. Also ich war praktisch die komische Figur. Ich hatte einen Haus mit grauen Kittel, gerierte mich als Hausmeister und hatte verschiedene komische Zwischenauftritte. Mareike und Frank teilten sich die Moderation und die Interviews und ich hatte dann solche Sparten wie ich habe die Kinder aufgefordert mir Witze zu schicken und daraus machte ich dann eine WWF Witz Parade und daraus wurde dann später ein Witzbuch natürlich klar so wie aus den Lippenblüter Geschichten auch ein Buch wurde und das war eine Sendung der die Experten einen Monat gaben diese Live-Sendung und sie lief insgesamt acht Jahre mit riesigem Erfolg ich wollte nach zwei Jahren eigentlich aufhören nicht weil ich es schlecht fand sondern weil ich sagte ich habe jetzt eigentlich alles gesagt was zu sagen ist ich würde jetzt gerne dann einfach was anderes machen und dann warten sie mich aber zu bleiben dann habe ich ein drittes Jahr gemacht und dann hat Jürgen Triebel mich auf diese Rolle abgelöst aber es war eine ungemein erfolgreiche Sendung und auch eine schöne war einfach eine irgendwie fast amerikanisch wirkende Variety Show ich es war es war wirklich jeder da es war ich habe Mohammed Ali die Hand geschüttelt und in ihrer Rolle als Hausmeister durften sie ja auch eine Lippe riskieren und kam das immer gut an oder erinnern sie an den einen oder anderen Fall sich wo dann ein Gast auch mal leicht pikiert war ich weiß nur noch ich hatte irgendwas es gab eine eine sängerin elke was nicht mehr weiter hieß das war aber die freundin von karate tommy der kiez größe aus hamburg übler junge und die hatte irgendwas irgendwas weiß nicht mehr was 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 dem nicht passte in der probe es gab immer eine generalprobe wo man alles machte auch die gespräche darüber kann man jetzt streiten ob das sinnvoll ist aber es war so und es war halt anschließend der höhtenrauch zerpflückte dann die generalprobe aber auf eine tolle art und er war ein wirklicher unterhaltungsfachmann also da hat man auch sehr profitiert jedenfalls ich sagte irgendetwas über diese elke und dann kam karat zu mir dieser furchterliche brecher höre das sagst du aber nachher nicht oder nein sag ich nicht das ist das einzige was mir einfällt lassen sie mich raten sie haben es dann auch nicht gesagt ich habe es selbstverständlich nicht gesagt aber ich habe mir hat ja terence hill hat mir fast den kopf vom rumpf geschlagen das war auch interessant der hatte ein interview der machte einen promotete einen seiner solo filme ohne bud spencer ich glaube der kopf weiß nicht mehr mareike machte das interview über irgendwas hatte er war ein bisschen angefressen ich weiß nicht warum jedenfalls sagte claudy unser regisseur das wäre doch schön wenn sie jetzt einen gefürchteten schläge anbringen bei unserem hausmeister ja sagt er mache ich ich sprach ja gut deutsch deutsche mutter glaube ich dann muss der mann muss da stehen die kamera da damit ich vorbeihauen kann das geht nicht aus technischen gründen und terence sagt ja dann haue ich richtig ich sagt claudi nein das macht er doch nicht aber er machte es er haut nicht nur richtig er war weil er irgendwie sauer war und ihm irgendwas nicht passte der drehte sich noch um mit dem rücken zu mir federte herum und hat mir so eine geknallt ich war wirklich ein bisschen benommen dann haben irgendwie so aus dem bild getaumelt ja das war schön ich weiß nicht wie oft das schon gezeigt worden ist war eindrucksvoll dieser WWF Club war für Freunde von Zahlen sehr sehr beliebt im Westen 60 bis 70 Prozent Bekanntheit hieß es damals im Ausstrahlungsgebiet hat sich das denn auf ihre Erfolge auf der Bühne ausgewirkt also wenn sie dann auftraten war der Saal proppe voll das haben wir gedacht dass als wir nach zwei Jahren so diesen Bekanntheitsgrad hatten es war ja sowieso sehr interessant dass ich in einem Bundesland wirklich populär war und in allen anderen ein absoluter Nobody das war einfach das war schon auch ein Privileg also wenn man wenn man es brauchte fuhr man dahin und wurde angesprochen Autogramme und so im Rest des Landes war man ein normaler Mensch also wir haben gedacht jetzt können wir mal ich habe mir muss man dazu sagen ja mein Publikum wirklich erspielt auf die Ochsentour ich habe in meinen Rekord waren drei Zuschauer das war allerdings ein Blitzeis in Nürnberg es konnte niemand mehr rein es konnte auch keiner weg ich habe dann den Fehler gemacht zu fragen soll ich wirklich mein Programm spielen für euch drei ja sicher wo sollen wir denn hin ok also wenig Zuschauer war mir nicht unbekannt und wir haben gedacht mit dieser Bekanntheit vom WWF Club im Rücken können wir Premieren machen in Städten wo wir noch nicht waren und können in Hallen gehen so 800 oder sowas ja wir saßen vor 80 Leuten im Mutterhaus des WWF des Westdeutschen Werbefernsehens also im Westdeutschen Rundfunk traute man jedem Hausmeister deutlich mehr zu Showstart hieß die Sendung in der sie live vor Publikum Newcomer vorstellten und dann ich nehme an das war der damalige und jahrzehntelange Unterhaltungschef Hannes Hoff haben sie am haben sie am 1. April 1984 im regionalen dritten Programm im WDR ein neues Kapitel aufschlagen dürfen mit so ist es einmal im Monat sonntag abends live was war so ist es sie waren da Gastgeber definitiv nicht Hausmeister was war so ist es wie sah diese Sendung aus es war eine Sendung die bestand aus Interviews mit Leuten die irgendetwas besonderes hatten in einer der ersten Sendungen hatten wir eine Edelprostituierte das war ja schon fürs Fernsehen eine ziemliche Nummer ich fand es natürlich großartig ich hatte einen Sidekick Gerd Dudenhöfer der spätere Heinz Becker damals aber eben noch nicht Heinz Becker das weiß ich gar nicht mehr ob er den damals schon so hatte er trat ja auf also das weiß ich nicht genau aber wir haben wunderbar harmoniert und es gab Musikauftritte und zwar ausschließlich Deutsche Interpreten oder Gruppen die mussten nicht unbedingt deutsch singen aber es mussten dort sollten Deutsche sein Grönemeyer zum Beispiel Grönemeyer Jule Neigel und das war das war offensichtlich sehr erfolgreich so dass das so ist es als Musiksendung firmierte und es gab einen Kameramann im On Günni also einen WDR Kameramann einen echten einen echten Günni Müller Günther Müller Günther Müller und mit Günni ergab sich dann das eine oder andere durch Zufall Zwiegespräche das wurde dann immer komischer so dass man das dann etabliert hat weil er auch der Einzige war der darauf Bock hatte die anderen sagen nee lass mich bloß in Ruhe in dieser Sendung waren sie also dann nochmal berühmter geworden und haben auch einige Schlagzeilen fabriziert durch die Inhalte durch die Auftritte und dann kamen sie zusätzlich in die Schlagzeilen weil sie noch eine WDR Moderatorin Journalistin geheiratet haben die damals die Aktuelle Stunde moderierte nämlich Margarete Schreinemark das war aber viel später das war 86 da lief noch so ist es ja aber da lief ja schon parallel erst mal Donner Lippchen ich weiß nicht ich habe es nicht so mit Jahreszahlen ich weiß auch meine Hochzeitstage nicht falls das jetzt die nächste Frage durchaus nicht ich wollte es nur erwähnen weil es eben Schlagzeilen gab und die Ehe wehrte ja auch nicht so lange aber das ist auch nur eine Seitenbemerkung denn es kam nach so ist es dann ja das haben sie jetzt gerade vorweggenommen Donner Lippchen Spiele ohne Gewehr oder Spielen ohne Gewehr also es war das war schon auch eine Zeit lang parallel da ging es ein bisschen anders zu und zwar wie das war ein Konzert der WDR hatte mir eigentlich was anderes angeboten ich glaube es war kaum zu glauben was Peter Petweirich machte wenn ich mich nicht irre das ist jetzt alles ja auch schon ein bisschen her und ich hatte weil ich in Berlin natürlich Spezialantennen auf dem Dach hatte wo ich AFN und SSVC also amerikanisches Fernsehen und englisches Fernsehen gucken konnte da kannte ich aus dem englischen Fernsehen eine eine Sendung was gar nicht mehr wie sie hieß aber Game for Love Spiel zum Lachen Game for Love ja ja das war's und dann hat da habe ich gesagt das würde ich gerne machen und dann ist etwas wunderbares passiert dann hat der Wolfgang Neumann den Producer dieser Show und Erfinder offensichtlich aus Amerika geholt und der hat uns betreut und hat uns amerikanisches Tempo beigebracht und natürlich die Spiele auch aus seinem Ding das war das war eines der größten Geschenke meines Lebens Michael Hill Michael Hill diese diese Lehrzeit und ja das war glaube ich die erfolgreichste ARD Sendung 88 brachte uns auf die Idee dass wir jetzt mal in Bayern spielen könnten in Hallen weil ich noch nie in Bayern war und da saßen wir wieder vor 80 Leuten also auch dieser diese sehr sehr erfolgreiche Sendung die ja auch komisch war aber auch die machte nicht neugierig auf den Bühnenmann also zum Konzept da lese ich jetzt einfach quasi wie die Spielanweisung vor unbekannte Leute sind die Stars einer der Mitspieler kennt ein Faktum nicht das haben sie dann anmoderiert mit was er oder sie nicht weiß ist dann wurde das gesagt und dann gab es eben eine überraschende Konfrontation mit eingeweihten bekannten verwandten Chefs und das Verlieren für den Mitspieler für den er der Mittelpunkt stand war vorprogrammiert und Verlieren bedeutete immer was nass werden Torte ins Gesicht was auch immer und sie hatten helfende Hände im Set einmal den Dr. Klinker Emden das war so ein kahlköpfiger Muskelprotz mit Schnauzbart im Leopardenländenschutz und es gab natürlich den Vollstrecker einen hageren Mann im schwarzen Anzug mit schwarzem Zylinder und dann wie gesagt Wasser Sahnetorten also es ging hoch her ja und das war mit dem Vollstrecker und Dr. Klinker Emden was übrigens eine Anleihe von Hans-Dieter Hüsch war der Name Dr. Klinker Emden das war auch im englischen amerikanischen original nicht das war eine Idee von Claudi der sagte das werden die Kinder lieben und er hatte völlig recht angesichts heutiger Forderungen auch an Unterhaltungskunst Achtung Achtsamkeit und politische Korrektheit wie das so schön heißt könnte man meinen früher sah man manches nicht so eng wenn man sich diese Sendung da vorstellt aber die historischen Kritiken zu Donner Lippchen belegen was anderes der Spiegel etwa verurteilte 1986 Donner Lippchen als Non-Stop-Serie von Albernheiten und dann heißt es bei der Lippe in der schmierig tuntigen Manier eines Rummelplatz Konferenciers mühelos jedes Niveau unterbietet also sehr sauer Töpfisch was dachte sich der einst mit Latein und Altgriechisch in Berührung gekommene Gymnasiast der ehemalige Philosophie Student angesichts solcher Kritiken damals und was denkt er sich heute ich hab mir damals gedacht was für ein Arschloch weil der hatte um ein langes Interview gebeten ich werde den Namen nicht nennen um diesen Mann nicht der Vergessenheit zu entreißen weiß aber dass er später bei Frauenzeitschriften geschrieben hat also war auch nicht lange beim Spiegel er hatte ein langes Interview und war scheißfreundlich und wusste ja ganz sicher schon da dass ein Verriss schreiben würde und ich hatte gesagt ich hab wirklich den Kopf voll ich hab echt keine Zeit für ein Interview und er hatte aber so gebeten um mich dann so in die Fall also das hab ich das hab ich ein bisschen übel genommen jeder kann ja schreiben was er möchte und es ist auch alles Geschmackssache und dass der Spiegel über eine solche Sendung nicht anders schreiben konnte das ist mir auch klar aber das macht ja nichts das ist ja alles nicht schlimm nur dass er nicht mir meine zeit geklaut hat in dem moment wo ich es nicht brauchen konnte um mich dann im übrigen schmierig tuntige rummelplatz konferenz ich hab ich hab mal kritiken über kohlenkampf und frankenfeld nachgelesen jeder hatte das kohlenkampf hieß auch mit schlüpfrig und anbanzen und der ausdauernste langweiler der fernsehgeschichte und frankenfeld warf man dann seine zirkusvergangenheit vor also das haben wir das haben wir alle mit anlesen müssen macht auch nichts guten morgen liebe sorgen haben sie 1987 in köln mit ihrem co-autor wendelin haferkamp angeblich innerhalb von 30 minuten geschrieben und das wurde ein echter hit es gab später sogar die goldene schallplatte dafür hatten sie das irgendwie gehofft oder hat sie dieser erfolg komplett überrascht ja weil werden immer unsere schreib sessions in köln und haben für dieses album eben was dann natürlich auch guten morgen liebe sorgen hieß geschrieben und ich hatte hatte so eine sammlung und eine vorlage war guten morgen liebe sorgen ich sage lass uns das machen ich gehe aber pinkeln und dann hörte ich schrei ich hab es und dann hatte er den reform vervollständigt und die strofen haben dann echt nicht lang gedauert das war aber interessanterweise gar nicht unser Favorit wir hatten da ist der wurm drin war auch noch auf dem selben album das fanden wir eigentlich besser aber thomas stein hat sich dann irgendwie durchgesetzt bei der bei der frage was nehmen wir als single und das hat ja dann auch recht gehabt das führte aber dazu dass ich zum ersten mal in meinem leben einen song auf der bühne performte den das publikum kannte und wo es mitklatschen wollte und wo nicht mehr gelacht wurde die live aufnahme war natürlich bevor das lied populär wurde und die die strofen sind ja richtig komisch das sind lacher und nachdem ich in der paar mal drei vier mal in parade da war das natürlich so dass keiner mehr lachte die wollten mit klatschen und freutend sich auch und das machte mir aber keinen spaß mehr habe ich spiele das lied nicht mehr und meine leute sagen lachen bis 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 die platte heißt so das programm heißt so und du willst das scheiß song nicht spielen jetzt reiße ich mal zusammen habe ich mich zusammen gerissen aber das war eine wirklich komische erfahrung am 28 september 89 haben sie ein neues fernsehkapitel aufgeschlagen auch wieder beim wdr geld oder liebe eine ganz große show live donnerstagabends später dann auch samstagabends jeweils im ersten programm und direkt vorweggenommen es gab für geld oder liebe den ersten grimme preis also ihren ersten grimme preis weshalb ich jetzt auch übergehen kann dass sie den trostpreis des negativen medienpreises saure gurke des medienfrauentreffens gleich für die auftaktsendung auch bekommen hatten das ist ja das wenigste was man verlangen kann wie kam es zu geld oder liebe wer war hinter den kulissen da beteiligt das war also hannes hoff der damalige unterhaltungschef sagte so sie wollen also mit donnerläppchen aufhören das ist aber schade und dann sagte er einen satz den heute wohl niemand mehr hören wird dann lassen sie sich mal was neues einfallen und ich hatte so eine grobe idee und habe dann wieder den wendelin haferkamp dazu geholt wir haben dann das konzept gemeinsam erarbeitet so und dann haben wir das auch geprobt also die spiele die spiele waren ja die waren ja turbulent das war aber nichts ganz neues es war nichts was nicht hänzchen rosenthal in der art auch schon gemacht hätte oder frankenfeld es gab also spiele und es gab drei frauen drei männer und das publikum und das war das neue sollte am schluss per ted weil es ja eine live sendung war entscheiden wer das paar des abends ist und niemand wusste und die kriterien waren also einmal die spiele die man in unterschiedlichen zusammensetzungen spielte und die kandidatinnen und kandidaten hatten hobbys oder interessante berufe die zu erraten waren also es gab jeweils drei alternativen und zwei waren falsch einer war richtig und das jeweils andere geschlecht riet dann und aus all dem konnte sich das publikum dann ein bild machen oder auch nicht ich habe es bis zum schluss auch nicht wirklich verstanden aufgrund wessen die sich entschieden haben ich habe oft gedacht die nehmen einfach die zwei netten und packen die zusammen und sagen die die werden wobei die drei frauen und die drei männer sich ja auch entscheiden durften also für geld oder liebe für eine gewinnstumme oder halt für eine sie konnten der dieser diesem publikums entscheid aus dem weg gehen und eine geringere summe x nehmen das haben ja später die gewinnstumme haben wir mehrfach modifiziert weiß gar nicht was es am schluss war aber der witz war einfach und das war etwas woran ich halt geglaubt habe und viele andere bei beginn der ersten sendung nicht mehr weil man das ja nicht simulieren konnte diese diese spannung was wir geprobt haben und redakteur und regisseur waren nicht gar nicht so ich sag kinders wir proben hier eine stinknormale unterhaltung sendung der clue ist ein anderer die frage ist einfach interessiert das einen großen teil des fernsehpublikums wer der es wird das ist unsere frage und das müssen wir riskieren und dann hatten wir ich weiß nicht ich glaube 33% bei der ersten und dann war der Käse geschnitten es gab in der sendung auch große musik acts und die wurden liebevollst von ihnen anmoderiert andere sagen längst möglich und überziehungen waren legendär also die langen anmoderation der musikalischen acts und die überziehung haben sie die musik ausgesucht ja mit dem redakteur zusammen also wir haben natürlich ich hätte sehr gerne gesagt so jetzt hätte ich gar Eric Clapton der war aber in der ganzen zeit nicht im angebot man hat natürlich aus dem angebot der platten firmen also die platten die gerade auf markt waren etwas ausgesucht das habe ich mit michael bleichenbach zusammen da haben wir uns auch wirklich waren wir auch schon mal kontrovers diskutiert michael bleichenbach war der redakteur ja und aber das das war ein ganz wesentlicher teil die länge der anmoderation hatte auch damit zu tun dass umgebaut wurde wir hatten keine drehbühne es wurde also hinter dem vorhang wurde wurde einfach die die dekoration für die musikex und das dauerte halt weil das spiel davor musste abgebaut werden und so das hatte ich einfach zu überbrücken es hat mir natürlich auch gar keine frage spaß gemacht mit den klug scheißer zu geben und entlegene fakten auszubundeln über diese musikex und die ich dann auch auch wenn ich wusste der umbau ist fertig dann habe ich nicht aufgehört weil ich hatte mir damit sehr viel arbeit gemacht und die musik trenns haben natürlich geliebt weil es das ja sonst nirgendwo so gab es war eine live sendung das heißt bei überziehung bei überlänge verschob sich das programm anschließend und anschließend heißt in dem fall die tagesthemen moderiert von uli wickert da gab es dann bestechung oder einen deal sagen wir mal so ich habe gesagt wenn ich mehr als 20 minuten überziehe gibt es eine flasche seines lieblings weins chateau brion nicht billig hat auch bekommen mit dem ergebnis irgendwann mal eine pastorin sich meldete wir kommen ja auch danach wenn wir wollen auch weinen und dann stellte ich fest das ist immer eine aufzeichnung das wort zum sonntag die waren nicht live im studio wie uli aber es ist halt so die die überziehung war natürlich wurde natürlich geduldet weil sie die einschaltquote in die höhe trieb also den prozentualen anteil je länger man war desto besser war nachher die prozentzahl das war bei wetten dass genau dasselbe und das wollte man natürlich auch gerne haben dafür kann ja mal eine tagesschau moderator hat man sich im hause gesagt ohne es zuzugeben kann ja ein bisschen warten gut und die pastorinnen und pastoren bekamen also nichts natürlich nicht die haben ja gottes lohn neben geld oder liebe und auch zusätzlich zu ihrer Bühnenpräsenz also sie standen ja immer auch noch solo auf der Bühne hieß es von 1995 bis 2000 für sie ganz persönlich noch lass dich überraschen nämlich im Talkformat was ist wo sie jeweils Gespräch mit Gesprächsgästen konfrontiert wurden von denen sie nichts wussten außer das bisschen das ihnen der vorhin schon erwähnte kameramann gyni in der sendung unmittelbar vor dem talk verklausuliert mitteilte und will gar nichts wissen was wir gemacht haben im vorfeld dass wir gesagt haben was käme denn für dich überhaupt nicht in frage und dann haben sie so manchmal hättest du was dagegen wenn und dann habe ich beim einen oder anderen thema ich weiß nicht das kann ich mir eigentlich nicht spannend vorstellen das war ja das einzige Kriterium zurück zum Beginn des neuen Jahrtausends da wirken sie mit als erzähler als vorleser in einem sechsstündigen hörspiel mit bewegt bild ja uff erst mal winnetou unter comedy geiern da waren unter anderem dabei dirk bach rüdiger hoffmann mike krüger uwe lyko also alias herbert knebel heller von sinn bastian pastewka frank zander und ein professioneller geräuschemacher der dann unter der regie von claudi fröhlich carl mais winnetou neues leben eingehaucht hat das war nochmal eine große produktion sehr lustig und dann endete ihre zusammenarbeit mit dem westdeutschen rundfunk wie wir heute wissen vorübergehend aber warum kam es in dieser innigen beziehung gekrönt mit telestar goldener kamera bambi und dem schon erwähnten krimmelpreis nach 20 jahren zu einer pause wir hatten wir hatten keine also als geld oder liebe endete weil die quoten waren im sinken und ich habe gesagt bevor die mich rausschmeißen mache ich von mir ausschluss und dann hat man es war keine zündende idee im raum und ich wollte mir mal einen anderen wind um die nase wehen lassen also es gab jetzt wir waren ja nicht verkracht oder irgendetwas ich habe gesagt jetzt probierst du mal probierst es einfach mal bei den privaten habe eine derartig krachende bruchlandung hingelegt wie sie glaube ich ganz selten ist in der fernsehgeschichte aber das musste auch sein ich war ich habe mich für unverwundbar gehalten also nach diesen Erfolgen die ich hatte da war mal eine niederlage fällig da musste ein bisschen demut her war dann auch da und habe ja live also meinen eigentlichen wichtigsten beruf den habe ich ja nie unterbrochen habe das weiter gemacht und danach kamen ja auch noch schöne sachen ich will jetzt auch keinen salz in die wunde streuen also dieses format hieß blind dinner ja und hatte natürlich auch schwierigkeiten insofern als das glaube ich die erste produktion aufzeichnung ohne publikum geschah an dem tag an dem der anschlag das ich weiß das war ja es war roger willemsen war studiogast und carl dahl und wir haben wir haben wirklich da gesessen und gesagt wir können doch jetzt keine blödel sendung machen und es ging aber nicht anders das waren solche sachzwänge studio ist gemietet ist alles teuer der gast ist da den kriegt man dann auch nicht mehr und wir haben es dann irgendwie hingekriegt das auszublenden und das geht dann auch aber der Schock der war schon weil irgendwie man hat gedacht jetzt gibt es einen Weltkrieg möglicherweise aber man weiß auch wenn wenn man ein Familienmitglied verliert also es gibt diese Geschichten von Sängern die ihr Kind verlieren und dann die Partie ihres Lebens singen ich habe als meine Eltern verloren habe da habe ich dann auch auf der Bühne gestanden und war froh dass ich in den zwei Stunden nicht daran denken musste und konnte und das zeigt einem dass man diesen Schmerz in den Griff kriegt es geht da ist da ist es dann ein Glück dass man diesen Bühnenjob hat ganz kurzer Einschub noch dazu wissen Sie noch wie Sie in der ersten Ausgabe des Blind Denner Ihre Zuschauer und Zuschauerinnen begrüßt haben sehr heutig sehr vogue wenn ich ich habe es parat ich bin sehr gespannt einen schönen guten Abend liebe Mitmenschen jeden Geschlechts jeden Alters jeder Hautfarbe jeder Nationalität sofern sie guten Willens sind das zeigt doch wohl dass ich auf der Höhe der Zeit schon lange vorher war genau Sie haben sich ja inzwischen jetzt machen wir mal gehen wir mal in die Gegenwart Wokeness und Gendern haben ja in den vergangenen Jahren hierzulande mehrfach die Gemüter erhitzt entweder weil Menschen vor allem in den öffentlich-rechtlichen Medien sich um sogenannte geschlechtergerechte Sprache bemühten oder weil andere sich vehement gegen solche Bemühungen aussprachen auch Sie haben sich positioniert Stichwort Wokeness und Gendern gegen die Verwendung sinnfreier Partizipien zum Beispiel Ja das die Studierenden was ja was ja Hunderttausende gekostet hat um diese ganzen Ausweise und Schilder und was nicht alles zu ändern der Gebrauch des Partizip Präsenz zur Bezeichnung einer Berufsgruppe einer Tätigkeit einer die Studenten ist einfach falsch es geht nicht Goethe hat schon gesagt die Studierenden sitzen im Hörsaal die Studenten sitzen in Auerbachs Keller genau das ist es oder wie ich immer auch in meinem Programm sage der Bäcker ist nur so lange ein Backender wie er in der Backstube steht wenn er auf dem Klo sitzt dann ist er kein Backender und den Reim kann sich jeder dazu denken zurück zur Chronologie Im Jahr 2004 hatte sie die ARD dann doch wieder mit Lippe Blöfft an der Samstagabendshow vom Westdeutschen Rundfunk im ersten Programm Aber auch die war nach drei Folgen schon wieder weg Ja das hat aber auch keiner verstanden was da den entsprechenden Verantwortlichen geritten hat weil es hingen schon die Pläne für die nächste Show und es waren sogar schon die Kameraleute eingeteilt Es war eine Übernacht Entscheidung die auch der Unterhaltungschef nicht verstanden hat War schon interessant Der Unterhaltungschef der Vollständigkeit halber damals war Axel Bayer Bei Sat.1 sah man sie dann von 2003 bis 2008 in Genial Daneben also als einer von mehreren dann von 2005 bis 2007 in der Improvisations Comedy Serie Schiller Straße als Vater einer von Cordula Stratmann verkörperten Figur Außerdem moderierten sie die Comedy Show Die Meister der Comedy bei Pro 7 und sie waren Spielleiter der Show Extreme Activity eine intellektuelle Krawallshow für die es wieder einen Grimme Preis gab und in Österreich den Rumi und 2011 waren sie dann Moderator bei Sat.1 der Quiz und Spielshow Ich liebe Deutschland Ja wann war denn eigentlich was liest du wann fing das an Das kommt jetzt an Gut Ja zu all dem wurde geschrieben also über sie er tanzte stets munter auf der Schwelle zwischen Betäubungs- und Belehrungsfernsehen Das möchten sie nicht kommentieren Ich weiß nicht was Betäubungsfernsehen ist Sie konnten zeitgleich zu diesem allen im mitteldeutschen Rundfunk frei von der Lippe moderieren eine Sendereihe über den nachlässigen Umgang mit der deutschen Sprache Und jetzt kommen wir wohl zu einer Ihrer Lieblingssendungen Sie haben ja gerade schon nach Was liest du gefragt Im WDR Fernsehen zwischen 2003 und 2010 Im WDR Fernsehen konnten Sie die Frage stellen Prominenten Was liest du Was war das Besondere dieser Büchersendung oder der Unterschied etwa zu Elke Heidenreich Lesen Also die Stoßrichtung war einfach die komische Unterhaltung Ich habe und das ist auch kein Geheimnis dass die wenigsten meiner Gäste Bücher mitgebracht haben sondern ich habe ihnen dann welche vorgeschlagen von denen ich wusste dass sie komische Stellen haben die das Publikum erheitern werden weil das ist der Punkt also es ist ein Unterschied ob man seine Lieblingsbücher vorstellt ohne Rücksicht auf den Inhalt weil man also die Sprache oder das Thema toll findet Ich wollte mit Fremdtexten Comedy machen mit Gästen zusammen und das war die Maßgabe und dazu muss man auch wissen wir hatten wahnsinnig wenig Zeit für die Vorbereitung also die Vorbereitung konnte ich nur alleine erledigen also die Stellen aussuchen anstreichen und sagen pass auf du liest das hier machen wir einen Dialog hier wechseln uns ab ich hatte ich glaube ich hatte nicht mal nicht mal eine Stunde am Tag der Aufzeichnung mit dem jeweiligen Gast weil wir auch mehr als eine Aufzeichnung machten also das ist ja auch etwas was es früher nicht gab diese Reihen Abwürfe wenn ich an Geld oder Liebe denke wir hatten ich habe mich 14 Tage intensiv mit dieser Sendung vorbereiten können und wir das war das Paradies und später ich führe das immer darauf zurück dass immer mehr Posten geschaffen wurden mit Leuten die auch was zu sagen hatten die aber kein Mensch gebraucht hatten das fehlte dann in der Produktion es haben also auch als der WDR später Geld oder Liebe noch mal aufnahm im dritten das war dann auch da hat man sich gewundert dass das nicht so war wie damals ja weil einfach nur ein Bruchteil der Zeit da war das war zu einem Jubiläum in dem Fall von Geld unter Liebe das kann man nicht erwarten und was liest du war die Zeit auch sehr knapp ich weiß heller von Sinnen hat sich mal bitterlich beklagt dass ich ihr vorgeschrieben habe was wir da machen ja was hätte ich tun soll ich konnte die Sendung ja nur so vorbereiten dass ich nach besten wissen und gewissen stellen aussuchte für den Gast und mich von denen ich annahm dass sie die leute erheitert was in aller regel auch gestimmt hat weil ich das einfach sehr gut beurteilen kann aufgrund meiner jetzt 50 jährigen comedy tätigkeit und weil sie bücher worden sind sie haben doch wahrscheinlich sehr sehr viel gelesen um dann einen output zu haben den man zeigen kann und jemandem zumuten kann ja wobei ich natürlich gar nicht schwerpunktmäßig komisch also für mich persönlich schwer komische literatur lese komische literatur muss ich lesen jetzt wo ich für meinen youtube kanal diese sendung ja wieder aufgenommen habe lebtes leselos muss ich natürlich diese art von arbeit wieder leisten dass ich also ganz gezielt auch nach komischen sachen suche die man die sich dafür eignen aber privat lese ich ja nun auch ganz andere sachen die ich dann auch empfehlen kann das würde dann wieder in richtung von elke gehen oder oder was was andere leute im fernsehen empfehlen aber das unterscheidungsmerkmal davon was liest du zu anderen buchsendungen war halt dass es dezidiert komische unterhaltung mithilfe fremder texte sein sollte sein sollte das das wussten die leute und es lief ja auch gut es lief 42 folgen lang und dann gab es noch nachträglich zwei sonderausgaben im jahr 2014 und trotzdem war dann schluss also man kann ja nicht auf der einen seite beklagen dass immer weniger gelesen wird und dann so eine so eine sendung die die einfach so so ein so ein wellenbrecher ist absetzen ohne etwas anderes dahin zu tun ich finde das das geht mit dem mit dem programmauftrag nicht zusammen also ich habe das dem dem wdr wirklich sehr übel genommen bin aber jetzt froh weil ich auf meinem kanal das fünffache der reichweite erreiche in meiner letzten sendung mit dorsten sträter geht jetzt auf drei millionen zu das haben wir noch im dritten nie geholt könnte denn die reichweite und die kosten die es ja dann doch gekostet hat könnte das denn ein absagegrund gewesen sein das weiß ich nicht aber seit wann sind denn sendungen die viel kosten und keine wirkung haben einen grund was abzusetzen also nach meiner erfahrung nicht beim öffentlich-rechtlichen zumindest nicht worüber wir noch überhaupt nicht gesprochen haben womit aber die printmedien schon seit jahren schlagzeilen farbiger aussehen lassen wollen das sind ihre hawai-hemden und ich fasse jetzt mal so ein paar schlagzeilen zusammen beziehungsweise ich lese sie einfach vor der ministrant im hawai-hemd studienabbrecher jürgen von der lippe doppelpunkt germanist im hawai-hemd deutschstunde im hawai-hemd spaßvogel im hawai-hemd zotenonkel mit hawai-hemd mr hawai-hemd ein hawai-hemd auf tour eine karriere so bunt wie seine hemden der alte mann und das hemd auch als youtuber im hawai-hemd kein hawai-hemd doppelpunkt jürgen von der lippe will privat nicht auffallen wann und wieso haben sie sich zu dieser dienstkleidung entschieden gar nicht das kam gar nicht von mir ich habe mich geweigert im fernsehen anzüge zu tragen weil ich gesagt habe es gab jetzt nicht diese diese lampen die wir heute haben die keine wärme mehr verstrahlen es war heiß im studio und ich neige dann zum schwitzen habe ich will sachen anhaben die ich waschen kann weil ich habe keine lust in der jacke die man erinnerte mich an frank elsner der ja mal so mühelos und so ein teures das sah man ja hinten der rücken war durchgeschwitzt bei wetten dass bei ihm und der hätte auch lieber ein hemd angehabt und ich habe gesagt lasst euch was einfallen und dann haben die kostümbildnerinnen in ihrer not sind die oft bunte hemden bekommen eine kluge entscheidung hemd kann man waschen und ja das hat sich dann als als berufskleidung einfach etabliert und gibt ja auch gibt ja auch schlimmeres als als dass man sagt naja der hat immer hemden an aber privat das sähe ja so aus als wollte ich wenn ich einkaufen gehe auf mich aufmerksam machen das ist ja nicht der fall worüber wir auch noch nicht gesprochen haben über den humor unter der gürtellinie über das unter dem gürtel liegende also sub cingulo cingulum wir wollen doch beim latein bleiben mein kollege dann wie man im kirchenlatein für geschlechtsteile auch zu sagen pflegte möchte dazu der auch mal als ballermann mit bildung titulierte künstler mit blick auf sein lebenswerk kurz vor schluss noch etwas sagen über den humor unter der gürtellinie ich weiß nicht warum ausgerechnet das das bühnenschaffen vom interesse am genitalreferentiellen ausgeschlossen sein muss es ist ein sehr wohlfeiler vorwurf den man leuten macht das ist so wie du bist aber dick das thema sex ist liegt so auf der hand weil es ja der grund ist für unsere aller existenz das muss man doch nicht rechtfertigen das ist doch selbstverständlich und es ist doch sex ist auch eine geschichte des scheiterns und deswegen ist es so komisch und deswegen kann man es gibt auch kein wenn ich wenn ich kollegen höre die sagen ja ich achte darauf dass ich nicht unter dem gürtel ja das können sie machen dann haben sie aber auch keinen erfolg also keinen keinen wirklichen erfolg was jeder komiker auf der bühne möchte ist der sogenannte brüller wie wir das nennen wo das oblikum wirklich explodiert und es gibt nur sehr wenige themen die dazu geeignet sind und es ist auch nicht so das ist ja auch ganz wichtig man kann ja nicht zwei stunden lang über sex reden das wird langweilig man muss das dosieren alle zehn minuten mal eine kleine exkursion und dann macht man etwas anderes man muss ja das ist das nennen wir dramaturgie also mich lassen diese vorwürfe vollkommen kalt weil sie in aller regel von von leuten kommen die mich entweder nicht leiden können was ihr gutes recht ist und ich finde es auch ganz wichtig dass man als künstler polarisiert wenn alle über mich sagen würden ja der ist ganz nett das wäre doch der tod also es muss es muss die geben die mich feiern und es muss die geben die mich überhaupt nicht leiden können die feierer sollten leicht in der überzahl sein das wäre ganz gut aber die anderen sind auch wichtig schlagzeilenträchtige schlussworte haben sie andernorts bereits geliefert wie etwa ich weigere mich erwachsen zu werden oder ich möchte eines tages auf der bühne tot umfallen fertig sie stehen in diesem jahr fünf jahrzehnte auf der bühne stehen immer noch auf etlichen bühnen und nicht nur hier im berliner theater die wühlmäuse wo wir uns befinden sie bespielen nach wie vor ihren eigenen kanal bei youtube aber im klassischen fernsehen treten sie fast nur noch zu jubiläen auf hier und jetzt also im herbst 2023 mit etwas abstand zum fernsehen möge das schlusswort dem wdr gelten wie beurteilen sie als ehrenpreisträger des fernsehpreises die infragestellung des öffentlich-rechtlichen rundfunks in seiner bisherigen form und wagen sie eine prognose also was ich bei öffentlich-rechtlichen und privaten nicht verstehe ist dieses dieses hinterherhächeln der sogenannten zielgruppe denn diese zielgruppe die guckt ja nicht mehr die die streamingdienste netflix und so weiter wer treu guckt sind die über 60 jährigen und die werden nicht gut behandelt von den fernsehsendern und das ist falsch und das ist auch blöd weil die eigentliche angepeilte kundschaft ist längst weg es gibt ja für die unterschiedlichen zielgruppen inzwischen auch unterschiedliche ausspielwege also das lineare fernsehen ist ja nur noch ein ausspielweg und die öffentlich-rechtlichen bemühen sich ja auf den unterschiedlichen ausspielwegen unterschiedliche zielgruppen zu erreichen wagen sie da eine prognose was die erfolgs die erfolgsbilanz des öffentlich-rechtlichen betrifft was ist ein ausspielweg also zum beispiel die unterschiedlichen sozialen medien youtube auf dem sie ja selbst auch sind wo sie einen kanal haben die mediathek das sind ja alles wege auf denen ein programm verbreitet wird jenseits des klassischen linearen fernsehens was ich weiß ist eines immer wenn ein neues medium auch tauchte wurden rufe laut das ist jetzt der tod des alten was nie gestimmt hat also es wird fernsehen auch noch lange geben inwieweit sich das trägt und 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 wie man das dann finanziert ich glaube man muss sehr viel von diesen frühstücksdirektoren abschaffen damit man geld spart weil die braucht kein mensch als ich damals meine meine schöne zeit hatte da hatte ich meinen redakteur und dann gab es den unterhaltungschef und darüber gab es den intendanten heute gibt es so und so viel sie wissen das am besten so und so viel instanzen die alle gefragt werden wollen und man kann ganz sicher sein dass irgendeiner querschießt und dann kommt ein projekt halt nicht zustande das ist die krux heute zu viel leute die mitbestimmen wollen und die kein mensch braucht ökne dein gemach phönigin ich will deine kotze füffeschen riege er während er gegen die tür hemmerte du willst was krakte die phönigin ungläubig denn sie traute ihren ohren nicht pumsen ich will dich ponern ich will dir einen praten in den oken schnippen ah falsch du bist dran schnippen ist nicht richtig darf ich mal trinken bitte ich wiederhole noch mal wegen des zusammen natürlich es ist also die einzige die auf andere menschen geht ja also die habe ich so weit bekommen dass ihr das nichts ausmacht die anderen spinnen muss ich ehrlich sagen die würden jetzt nicht sofort beißen aber die würden nicht so ruhig bleiben wie sie und von mir sagst du gar nichts ich hatte also regelmäßig Trichomonaden oder unspezifische Harnröhren Entzündung komme also zu diesem arzt der war da neu als student damals sagt herr doktor ich habe vermutlich eine unspezifische ja das gucken wir uns mal an über den tisch und dann ich hab ja gedacht ich werd nicht mehr ich kannte das ja gar nicht ich war das nicht gewöhnt noch einwände nein man sagt ja richtig schlimm ist es erst wenn du spürst wie deine poste abgetast wirst und siehst links und rechts die hände vom arzt am kopf glas soll ganz fies sein ja wie wenn da einer und er hielte ein frühgereiftes kind das schielte hoch in den himmel und er bete du hörst jetzt auf den namen käthe wär dieser nicht dem elch vergleichbar der tief im sumpf und unerreichbar nach wurzeln stauden halmen sucht und dabei stumm den tag verflucht